Hallo Leute, hier ist wieder der Herr Direktor, im dritten Teil meiner Mission. Mit mir habe ich Samuel, Arthur und den Schwiegervater. Der Flöselmann, hinsetzen! Flöselmann. Ach, popple pop. Hinsetzen! Nun, Kinder, ich weiß, dass ihr mich bewundert und wertschätzt. Ich dagegen kann euch gar nicht leiden, denn ihr habt keine Ordnung, keine Disziplin und kein Gehorsam. Und dennoch bin ich gezwungen, mich mit euch zu unterhalten. So, und nun werdet ihr mir sagen, was sich hinter diesen römischen Ziffern verbirgt. Äh, das wissen wir nicht, das weiß nur der Demi. Oder? Samuel, das weiß nur der Demi, das ist nicht. Popple pop, ihr lügt doch. Nein, das weiß nur der Demi. Ihr seid doch ein Team, ihr seid doch eingeschworen. Sagt mir das jetzt endlich! Wir wissen es nicht, wir wissen es wirklich nicht. Das weiß nur der Demi. Das ist sein Code, es ist nicht unserer, wir wissen es nicht. Du hast von mir gelernt, Arthur. Ordnung, Disziplin und Gehorsam. Nun, sag mir endlich die Wahrheit, nicht mit dem Schloss. Und du, nicht sei artig! Sag mir die Wahrheit! Wie gesagt, ich sag die Wahrheit, ich weiß es nicht. Du kannst jeden hier fragen, ich weiß nur der Demi. Du wachst es, mich zu duzen! Ab in die Ecke mit dir! Und Haltung! So lobe ich mir das! Und nun sagst du mir die Wahrheit! Ich sag die Wahrheit, nur Demi weiß das, ich weiß es nicht. Und der Arschu genauso wenig. Ach, ihr lügt doch euch was zusammen! Zum Glück habe ich immer meinen Folterstein dabei! So, nimm ihn und knie dich drauf! Ja, Herr Direktor, das geht überhaupt nicht! Ach, und du bist artig! So, mein Kind, hinknien! Hinsetzen, Kinder, Ende der Strafe! Keiner von Ihnen konnte mir weiterhelfen. Dieses Pack! Und Sie, Herr Blödelmann, Sie werden sich jetzt auf die Suche machen und wagen es nicht, zurückzukommen ohne Beweismaterial! Auf! Ich mach dich! Schneller! Tschüsschen! Auf! So, liebe Kinder, mir ist aufgefallen, dass ihr wunderschöne Autogrammkarten habt und ich habe keine. Warum? Ähm, wir wissen es nicht. Also, wusste nicht. Dann schreibt mir doch mal ein wunderschönes Autogramm für den Herrn, lieben Direktor. Wollen wir es wollen? Sehr schöne Handschrift! Sehr schöne Handschrift! Damit kann ich arbeiten! Was ist denn das für ein Gekriggeln und ein Gekrackeln? Unmöglich! Entschuldige dich wenigstens für deine schlechte Handschrift! Entschuldigung, Herr Direktor! Dankeschön für eure wunderschönen Autogramme! Für den Herrn Direktor! Und wenn ihr glaubt, dass ich das hier brauche, dann habt ihr euch getäuscht! Nichts davon will ich haben! Gar nichts! Ihr lieben Kinder, ihr müsst immer Ordnung, Disziplin und Gehorsam lernen! Jawohl, Herr Direktor! Jawohl, Herr Direktor! Und was ist mit dir? Jawohl, Herr Direktor! Herr Direktor, ich war erfolgreich! Ich habe ihn safe gefunden! Das geht doch! Der ist wichtig! Die Stadt ist, was ich answichtig ist! Ich sag's dir! Der ist, glaube ich, auch schon drei! Sie sind ja echt nicht für was zu gebrauchen! Hing damit! Machen Sie doch mal! Ach, weg da! So, tschüss, Ding! Der moderne Scheißdreck, sag ich schon mal! Öffne dich! Zum helfen, Samuel? Das Ding ist doch kaputt! Das weiß ich nicht! Samuel, komm, wir helfen! Gucken Sie mal her! Hier! Ach! Äh, äh, ich sag mal! Dieses moderne Schisszeug! Hinsetzen! Geh an! Ähm, ja, ist echt noch... Ich glaub, da denkt er auch Strom! Oh! Ja, dann tun Sie doch was! Hier ist das Kabel! Adra, Kababra! Gut! Der Direktor, hier! Ach! Und nun? Ja, wo ist es schnell? Ähm, dies macht man, ähm, hier hinten bei mir? Äh, hier aber auch. Da kommt doch nichts! Doch, muss hochladen. Da passiert doch nichts! Ich muss hochladen, der Direktor. Hochladen! So, es läuft! Und jetzt schau ich mir das erstmal alles an. Ganz alleine! Weg! Raus! Sofort! Raus! 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 Herr Kautio, haben wir noch. Und Sie auch, Herr Blödelmann, raus! Ein Video! Video Start! Das ist unglaublich! Das Geheimnis ist gelüftet. Ich will es in dieses Video hochladen in diesen Kanal. Das ist doch nicht wahr. Bis zum nächsten Mal. Judah Untertitelung des ZDF, 2020